Sehr geehrter Dr. Jones, ich vertrete einen Klienten, der beträchtliche finanzielle Mittel besitzt und den Wunsch hegt, im Jemen Lachse einzuführen. Sehr geehrte Harriet Chadwood Torbott, wenn ihr Scheichs ein Geld zum Fenster hinauswerfen möchtet, warum kauft er sich keinen Fußballverein oder so etwas? Herr Premierminister, ich arbeite gerade daran. Ich glaube, ich habe da etwas, das Ihnen gefallen könnte. Wir brauchen eine richtig positive Geschichte aus dem Nahen Osten. Ein Kracher. Neue Girlband auf Tournee durch den Nahen Osten? Vielleicht. Nein, lieber nicht. Projekt zur Einführung des Lachsfischens im Jemen. Das Ganze ist ein bescheuerter Witz. Es gibt zwei Millionen Anleihen in Großbritannien. Zwei Millionen, die ihre kleinen Ruten schwingen? Fantastisch. Das Projekt hat ab sofort höchste Priorität. Das ist einfach lächerlich. Wir müssen 10.000 Lachse einfangen, sie lebend in den Jemen transportieren, dann wäre ihr Scheich in der Lage, sie nach Herzenslust aus dem Wasser heraus zu angeln. Natürlich nur bis zur Trockenzeit, wenn sie alle eingehen. Ich finde selbst raus. Wiedersehen. Sie halten mich für verrückt. Es würde in ein Wunder grenzen, wenn es wahr würde. Eigentlich hänge ich schon seit Jahren fest. Ich bin genetisch darauf programmiert, zu einem langweiligen, spießigen Leben zurückzukehren. Wenn Sie nicht mit dem Herzen dabei sind, fürchte ich, dass nichts dabei herauskommt. Sie müssen Vertrauen haben. Finden Sie nicht, dass es extrem gut vorangeht? Es ist eine außergewöhnliche Idee. Das Projekt habe ich nicht gemeint. Nein, ich eigentlich auch nicht. Vertrauen, Dr. Jones. Ja, also dann Vertrauen. Manchmal glaube ich fast, dass dieses verrückte Unternehmen doch gelingen könnte. Oh, herzlichen Glückwunsch, Patricia. Oh ja, sowas wie Sie könnten wir im Kabinett brauchen. Ja, sowas wie Sie sind. Oh ja, sowas wie Sie sind. Ja, sowas wie ich. Ich bin so, sowas wie Sie sind. Vielen Dank.